Hallo Leute, ich bin der Sepp. Heute gibt es ein weiterer Minecraft Autobahnbett 4 und endlich geht es wieder von vorne. Alles klar. Und zwar, wir haben heute Anfrage über Problembehandlung, denn wir haben in der ganzen Woche Nehook geladen über WeLevelog und sonstiges. Danach erzielen wir eine Planung für diese Woche und nächste Woche und sonstiges Anfrage. Und danach werden wir eine ganz kurze Anfrage über Minecraft Autobahnbett 4, was wir haben auch, das wäre eine Anfrage und sonstiges, das Gott sei Dank nicht passiert. Alles klar. Und wie das geht, erzählen wir später. Alles klar. Fangen wir jetzt eine Anfrage, Problembehandlung. Es tut uns leid, denn wir haben die ganze Woche kein YouTube Video hochgeladen über WeLevelog sowie Öffi Videos wie hin und die Autobahnfahrt. Warum das? Denn bei mir, ich habe die ganzen Tag Verspätung bekommen wegen die Minecraft Autobahnbett 4. Bei mir habe ich auch etwas Verspätung über YouTube und sonstiges und wir haben auch andere Sonderverspätung wegen Termin und Haus. Warum Haus? Jetzt erzählen wir später über besondere Anfrage. Alles klar. Und deswegen wurde es schade, dass ich die ganzen Tag Nehook geladen habe über WeLevelog. Wir haben auch so das Thema Umbau-Umzug-Video, habe ich gezeigt, wurden ganz normal. Aber leider, es wurde schade, denn wir haben jetzt diese Jahre total verwüstet und Mist aufgetreten, denn wir haben nicht umgezogen und nicht umgebaut. Und das war eine Riesenkatastrophe. Alles klar. Wir werden schauen, dass wir ab nächster Jahre eine Umzug- oder Umbau-Video zeigen. Diesmal machen wir ab nächster Jahre. Und wir werden auch die Upgrade über GameMe Notebook auch ab nächster Jahre verschieben. Alles klar. Wie das geht, erzählen wir später nach der Anfrage über Problembehandlung. Alles klar. Wir zeigen euch im Buch im Filter, was ich geschrieben habe über Problembehandlung und sonstiges. Und zwar, leider habe ich am November 2023 und auch diesen Monat keine weiteren YouTube-Videos hochgeladen über WeLevelog, Autobahnfahrt 4 und Öffi-Videos wie in der KU-Bahn Wien. Warum das? Weil leider war so viel verspätet und war total verloren, dass ich Neh gemacht habe und auch nicht umgebaut oder umgezogen. Alles klar. Und deswegen war es schade, dass ich den ganzen Tag verloren habe. Bei mir, ich habe den ganzen Tag auch keine Fortnite gespielt, zum Beispiel die Schordiger. Aber diese Woche habe ich kaum gespielt, hat nicht passiert. Nur die letzten Woche habe ich nie gespielt. Und den ganzen Tag habe ich auch so, wir haben keine Murau gefahren und auch keine, ja, Deutschland gefahren in den letzten Jahren. Und es war schade, dass wir haben verloren. Alles klar. Und wir haben auch vergessen über WeLevelog, das ich nie gezeigt habe. Die Face-Review meiner Vater. Denn wir haben Verspätung bekommen und verloren. Und wir werden so, ich verschiebe die Face-Review meiner Vater ab nächster Jahre, Winstead. Alles klar. Das ist notwendig, aber kein Problem. Alles klar. Und wir werden schauen, dass wir ab nächster Jahre nochmal von vorne machen ist. Müssen wir schauen. Und jetzt sind wir in dem nächsten YouTube-Video, aber ab nächster Woche. Und schauen wir mal, ob das geht ist. Alles klar. Und jetzt gibt es noch die letzte Frage. Warum ich die ganzen Tag so verloren habe ist und auch Verspätung. Weil die ganzen Tag habe ich verloren und vergessen. Und die ganzen Tag wurden so, dass wir haben Verspätung wegen Termin, wegen Minecraft, ABB4 und sonstiges. Und wir haben auch so, weil mein Vater hat ganzen Tag zu Hause immer so Dokumenten anschauen und sonstiges. Und leider wurden so schade aufgetreten. Alles klar. Das war ein riesen Mist, denn die ganzen Tag habe ich verloren und deshalb werde ich nächste Jahre verschieben. Alles klar. Und das war die Anfrage über Problembehandlung, dass ich leider verloren die ganze Woche nie hochladen und so weiter. Aber nicht ganz fertig. Wir haben es so, dass wir haben Gott sei Dank diesen Minecraft-Video pausiert habe. Und zwar, ich habe es so glücklicherweise, dass ich die Minecraft-Videos pausiert habe. Und deswegen war Gott sei Dank, dass ich geplant habe und so weiter. Alles klar. Heute jetzt geht es wieder von vorne von meinem YouTube-Kanal und kann man hochladen, was man darf. Alles klar. Deswegen haben wir Gott sei Dank die Minecraft-Videos pausiert. Aber die WeLive-Vlog und U-Bahn, wir haben verloren. Alles klar. Und das war eine Kleinigkeiten-Anfrage über Minecraft und sonstiges. Alles klar. Kommen wir zu den nächsten Anfrages über Planungen für diese Woche und nächste Woche. Es gibt hier einen ganz besonderen Plan. Alles klar. Und zwar. Planung für diese Woche gibt es hier nur zwei verschiedene YouTube-Videos. Und zwar. Am Donnerstag kommt die Minecraft-Autobahn-Videos über die Schnee im Minecraft und auch Änderungen von der Minecraft-Apple B4. Alles klar. Das zeigen wir euch am Donnerstag Besonderes. Und am Sonntag zeigen wir euch über Minecraft-Autobahn-Videos eine ganz Besonderes über am 24. Dezember. Eine fröhe Weihnachten-Video. Alles klar. Das zeigen wir euch auch bald. Aber machen wir kürzeres Video. Nicht so lange. Alles klar. Aber diese Woche gibt es kein WeLive-Vlog-Video, weil ich habe keine Zeit. Und schauen wir mal, ob das geht ist. Alles klar. Und nächste Woche kommt am Dienstag die WeLive-Vlog über Holzprojekte anzeigen. Beziehungsweise meine Laptop-Stand, mein Handy-Stand und sonstiges, das wir anzeigen. Inklusive einem neuen Holzprojekt, das ich gebaut habe, dazu. Am Donnerstag kommt die Minecraft-Autobahn-Videos etwas Besonderes über die... Ja, eine ganz besondere Anfrage. Und am Freitag zeigen wir euch die WeLive-Vlog über Urlaubsanfrage. Denn wir haben nur eine Anfrage über Urlaub. Und deswegen müssen wir schauen, ob das geht ist. Alles klar. Genauso müssen wir auch geplant werden über Autobahnfahrt und so weiter. Und schauen wir mal, ob das geht ist. Alles klar. Die Autobahnfahrt und andere, die kommt bald ab nächste Woche. Alles klar. Und das haben wir die Anfrage über die Planung für diese Woche und nächste Woche. Und was ist mit dem Minecraft-Ditorial und sonstiges? Das verschiebe ich ab nächster Jahre zum Beispiel. Das ist notwendig. Aber schauen wir mal, ob das geht ist. Und warum habe ich nur diese Jahre nur österreichischen Autobahn hochgeladen, like zwei österreichischen Autobahnen? Denn wir haben so, diese Jahre habe ich verloren. Und ich habe nur A4-Ost-Autobahn hochgeladen. Einmal habe ich von Floridsdorf nach Flughafen Wien. Und als ich die Katarowice geflogen bin und nach dem Katarowice habe ich dann wieder Autobahnfahrt gezeigt. Nämlich die Flughafen Wien nach Hirschstetten. Deswegen habe ich so Gott sei Dank hochgeladen, eben diese Jahre. Aber wurden so nicht passiert. Aber wir werden schauen, dass wir ab nächster Jahre eine weiteren österreichischen Autobahn zeigen. Aber wir werden in diese Jahre deutsche Autobahnen anzeigen, like A3 Würzburg und sonstigens. Und das kommt bald in der nächsten Zukunft. Diesmal machen wir drei Autobahnvideos. Und nächste Jahre auch drei Autobahnvideos. Alles klar. Das kommt bald über Autobahnfahrt von Deutschland und sonstigens. Alles klar. Und das war die Anfrage über Planung für diese Woche und nächste Woche, sowie auch die nächsten Jahre und sonstigens. Alles klar. Und bevor das gleich beenden ist und auch die Autobahnwideos-Anfrage, wir haben so eine Kleinigkeiten-Anfrage über Besonderes. Und zwar, wir haben so eine Kleinigkeiten-Anfrage über U-Bahn Wien. Ich war am November und Dezember 2023 mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren, beziehungsweise U-Bahn, Straßenbahn, Bus in Wien. Und deswegen habe ich Gott sei Dank, dass ich die U-Bahn und Bus in Wien gefahren bin. Aber bei Straßenbahn bin ich nicht gefahren. Und deswegen war ich mit meinem Vater unterwegs. Alles klar. Denn ihr habt mich tausendmal gesehen, wo ich im Floretsdorf oder anderem Bezirk bin. Und deswegen ist es so, dass ich war bei der U-6 gefahren und sonstigens. Bei der U-4 ebenfalls auch. Und ein bisschen andere Linie gefahren dazu. Like irgendeine Buslinie. Aber geheim. Alles klar. Und deswegen habe ich so, dass ich war bei der U-Bahn Wien gefahren und sonstigens. Und warum bin ich mit dem Vater gegangen? Bei mir habe ich so, denn ich habe zum Beispiel über die Übung, dass ich gehe zum Beispiel alleine fahren. Denn ich wollte bald für Schule gehen zum Beispiel. Und deswegen gehe ich alleine ohne mit dem Schulbus fahren. Alles klar. Das werden wir schauen, ob ich den ganzen Tag geübt werde. Und ab nächstem Jahr werde ich alleine fahren. Alles klar. Aber wir müssen schauen, ob das geht. Ich habe nur kaum geschafft, aber leider nicht perfekt. Aber schauen wir mal, ob das geht ist. Alles klar. Und das war eine Anfrage über U-Bahn. Und wir haben noch eine Anfrage über Besonderes. Wir haben so eine zweiten Anfrage. Urlaub nach Frankfurt. Denn wir müssen so die Urlaub nach Frankfurt ab 29. Dezember fahren. Und warum nicht jetzt? Die klar ist, denn meine Mutti ist leider nicht da. Denn meine Mutti ist am 30. November weggeflogen. Und sie ist nach Lahore geflogen, weil die Oma von Kasina, sie ist wieder krank. Und ja, Problem. Und ich kann leider nicht weiter fliegen. Dafür habe ich nur meine Mutti, Pakistan fliegen, mit dem Qatarways again. Und deswegen war sie wieder mit dem Doha Flughafen unterwegs. Aber deswegen wurde es so Gott sei Dank nicht passiert. Weil sie hat noch nie geflogen, die Qatarways in diese Jahre. Aber deswegen kein Problem. Ich und mein Vater waren wir schon geflogen in diese Jahre. Ich habe in der Infokarte gezeigt, diesen Video, der Boeing 787, aber kein Problem. Alles klar. Und deswegen kommt meine Mutti ab vielleicht 27.12. wieder zurück. Aber schauen wir mal, ob das geht ist. Alles klar. Und deswegen, sie kommt ab 27. wieder von vorne, like Weihnachtsferien. Und deswegen kann man am 29. in zwei Tagen später, kann man nach Deutschland fahren. Ich weiß nicht, ob das geht ist oder nicht. Aber schauen wir mal, ob das geht ist. Alles klar. Und das war eine Anfrage über Besonderes, über U-Bahn und auch meine Mutti, wo meine Mutti nach Pakistan geflogen. Alles klar. Und warum sie Pakistan geflogen, weil die Oma von Kasinasi krank war. Und deswegen war schade. Ich war schon letztes Mal geflogen, aber jetzt war wieder passiert und schade. Alles klar. Und das war die Anfrage über Besonderes, über Problembehandlung, über die Planung und sonstiges. So, bevor es gleich beendet ist, wir haben so über Minecraft Autobahn mit 4, was ich habe, nicht gemacht habe. Und zwar, wir haben so, Gott sei Dank habe ich bei der Autobahn mit 4 nicht passiert. Gott sei Dank nicht kaputt. Und wir haben Gott sei Dank bei der ABB 4 keine Probleme, dass wir haben Gott sei Dank nicht zerstört. Alles klar. Und deswegen wurden so, dass Gott sei Dank bei der ABB 4 keine Probleme und nicht passiert. Alles klar. Und den ganzen Tag bin ich zu Hause, dass ich den ganzen Tag zu Hause verspätet habe, weil meine Mutti noch in Pakistan war. Deshalb bin ich so den ganzen Tag zu Hause verspätet. Aber wir haben so Gott sei Dank, dass ich glücklicherweise bei der Autobahn mit 4, über Autobahn und so weiter, dass ich Gott sei Dank gebaut habe. Und wie das geht, erzählen wir morgen auf meinem YouTube-Kanal über Änderung ABB 4. Alles klar. So, das war es um diese. Viel Glück, unser Glück ist sein. Wir sehen uns am Morgen eine weitere YouTube-Video. Und zwar, morgen kommt die Autobahn mit 4 über Änderung und auch die Schnee im Minecraft. Und das zeigen wir euch bald. Aber leider, ich habe jetzt auch ein bisschen Lag bekommen. Aber schauen wir mal, ob das geht. Alles klar. Und am Sonntag kommt die Minecraft Autobahn mit 4 über Frohe Weihnachten. Das zeigen wir euch bald. Und nächste Woche Re-Life-Vlog und Autobahn. Alles klar. Und das zeigen wir euch bald, ob das geht. Für diese Woche und nächste Woche. Alles klar. So, das war es um diese. Bis uns bei einem weiteren Video. Und wenn ihr diesem Video gefallen habt, ihr könnt, was ihr wollt, meinen Kanal kostenlos abonnieren. Auch liken, was ihr wollt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Denn es war total verloren, dass ich die letzte Woche nie hochgeladen habe. Aber glücklicherweise die Minecraft-Videos pausiert. Dass ich seit bis am 20. Dezember pausiert habe. Alles klar. Und jetzt geht es wieder von vorne, was man darf höchstens und so weiter. Alles klar. So, das war es um diese. Bis uns bei einem weiteren Video. Danke fürs Zuschauen bei Herr Seepkasi. Und ciao Leute. Und habt einen schönen Tag.